So, Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rotary Etherea und letzte Folge hat sich die Goblin Army angekündigt und jetzt startet sie direkt, oh mein Gott, Alter, ich bin schon, boah, ich bin sowas von krass am, Alter, es ist generell, Alter, das Projekt ist halt in den letzten Folgen sowas von krank, Leute, die haben direkt ne Harpune getroppt, what the fuck, man, jetzt, einer der ersten Goblin, was geht denn hier eigentlich ab in dem Projekt, was geht denn eigentlich ab, ey, ich, ich komm nicht mehr drauf, klar, Alter, angefangen hat's mit erstmal Kingslime letztes Mal machen, dann hier direkt Eye of Cthulhu, dann direkt Eater of Worlds, dann direkt hier die ganzen Dschungelsachen, dann der Tavern Keep gefunden und alles, äh, generell, Beehive haben wir direkt gefunden und die ganzen verdammten Scheißsachen im Dschungel, wie viel Loot wir im Dschungel alleine gefunden haben, dann Full Health haben wir bekommen, jetzt die Goblin Army, eigentlich war geplant, äh, geplant, dass wir die Old Wands Army dann jetzt erstmal auch machen, machen wir auch noch die Folge hoffentlich, wenn ich's schaffe, ich wollte jetzt noch die Sachen verkaufen, die ich alle nicht brauche, die wahrscheinlich einiges an Geld bringen, es ist so scheiße viel passiert, heilige Kacke, Mann, was geht denn ab, ey, ich, ich, ich bin grad so hart gehypt, ey, das ist grad mal sowas von krank, was hier alles passiert, es ist einfach so ein Overkill an, an Sachen, ich komm nicht mehr drauf klar, Leute, ich komm nicht mehr drauf klar, ey, oh, Alter, aber das ist tatsächlich ein guter Test, ein guter Test für die Old Wands Army, wie ich gegen die vielleicht ankommen könnte damit, ähm, und so wie ich das sehe, kann ich einfach das Haus stehen lassen und die Ebene benutzen hier, laufen sie halt durchs Haus durch, der Guide wird vielleicht gekillt, oder ich, äh, setz ihn oben in eins der Häuser, ähm, aber, heilige Scheiße, das ist ja mal, wow, ja, was, das ist, ja, okay, ich springe in den Pfeil rein, egal, Mann, was hier alles passiert, boah, ich, 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 das ist so krass, so, wir nehmen mal ein bisschen den Boomstick, okay, der bringt nicht so viel, aber macht ein geiles Geräusch, haha, okay, und die Goblin Army ist auch schon fast down, ja, und dann können wir den Tinkerer endlich haben, der ja extrem wichtig ist, so, die Magier direkt erstmal wieder down kriegen, so, okay, ja, Alter, Leute, was hier abgeht, ich würde sagen, wir versuchen hier nachher jetzt erstmal wieder ein bisschen runterzukommen, also, das, das ist ja, wow, 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 also, ja, okay, wir besiegen die jetzt, ruhig und gelassen, sie ist besiegt, in dem Sinne, ja, boah, Alter, macht mir dieses Projekt Spaß, ne, ich liebe Terraria einfach nur, es ist so geil, wie viel Spaß das einfach nur macht insgesamt, ach, ist das schön, Alter, okay, wir haben die Goblin Army besiegt, äh, die Harpune, die behalte ich einfach mal, die verkaufe ich nicht, die tue ich in die Kiste, am besten direkt hier, so, 5 Gold, ja, sicherlich 5 Gold einfach mal davon wieder bekommen, was hier abgeht, man, das ist so insane einfach nur, so, so, und wie gesagt, ich werde den Guide, ne, wo, ich werde den Guide erstmal da lassen, scheiß drauf, so, ja, jetzt verkaufen wir erstmal beim, äh, Tavern Keep Sachen, so, erstmal Eternia Crystals, so, dann haben wir Defender Medals, dann können wir uns direkt erstmal ein Ballista Stuff kaufen, würde ich sagen, oder, oder, ja, ja, doch, der, ja, ja, der macht schon Damage, ne, macht schon Hard Damage, ja, sind alle Summon Damage, also von daher ist egal, ja, kauf mal ein Ballista Stuff, und verkaufen die ganzen Dinger hier, warte mal, kann ich mir shift, oder, ja, oh, ja, die bringen alle nicht so viel, das bringt halt viel, Ah, und der Boom, ja, 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 ein Pilz, scheiß drauf, jawohl, damit haben wir nochmal 7, ja, geil, 7 Gold einfach nur mal, so, easy peasy, Alter, was hier abgeht, man, quickstacken wir 45, Alter, Ballista Stuff, Alter, so, warte mal, das, das bringt grad nicht so viel, die Waffe, die tun wir mal hier weg, die tun wir auch mal weg, tun den Ballista Stuff hier hin, Leute, Leute, wir können, wir können gleich anfangen, mit die Old Ones Army, das ist der Sinn des Projekts, man, das, das wird so geil, warte mal, die Spiky Balls kann ich direkt einfach mal behalten, generell, wir können ja mal so ein paar Special Martial Items, Jester Arrows, hmm, Jester Arrows, sind die vielleicht sinnvoll, oder nicht, ich weiß es nicht, generell, die Space Gun wird Main Waffe sein, ist vielleicht noch eine andere Waffe sinnvoll für das Event, ja, das allein schon wegen der Plus-4-Defense, das behalte ich, das bei, ja, irgendwie, ja, warte mal, das, das müssen wir auf jeden Fall drin haben, ähm, irgendwie Accessoires noch, Regeneration Band wäre halt ganz geil, ich glaube, die Blizzard brauche ich in dem Event erstmal nicht, ne, dann kann ich das Regeneration Band reintun, was mir deutlich nochmal einiges bringen wird, denke ich, ähm, Herzlaternen kann ich jetzt machen, Herzlaternen, 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 genau, die wollte ich unbedingt machen, äh, dann machen wir hier mal, äh, P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. So und dann macht mein Herzlaternen Oh ja Da sind sie Zwei Stück direkt Oh das verbraucht einiges an Ketten tatsächlich Lol wusste ich gar nicht Äh wir hängen eine ins Haus rein So Und der Effektradius ist Ja Ja bis hier ungefähr Da stehe ich ungefähr hier Irgendwo da so ja Das heißt es reicht wenn ich hier einen hin mache Ach, die kann ich da nicht hinhängen. Aber Banner. Aber Banner. Okay. Dann machen wir sie einfach in die Erde. Ah, halt, warte. Das war der Hammer. So. Okay. Dann passt das. Und dann würde ich mal sagen... Leute. Leute. Die Weins kann ich noch kurz wegtun, aber dann... Oh, oh, oh. Und ich könnte mir vielleicht nochmal Pumpkin-Piles wirklich craften. Und jetzt kann ich die tatsächlich gut gebrauchen. So. Die favorisiere ich direkt. Leg die hier hin. Ja, 15 Minuten esse ich einfach. So, und... Ja, das Zeug kann auch mal weggelegt werden. So. Okay, Leute. Dann kaufen wir uns jetzt die Dinger. Und dann machen wir das Event, Alter. Dann geht's ab. Dann geht's ab, ey. Ha. Mann, ist das geil. Mann, ich freue mich so. Und die NPCs unterhalten sich auch. Mann, das ist so cool. Ein Gold. Ja, easy peasy. Lol. Das kostet hier nur 25 Silber. Der Preis erhöht sich später noch. Oder was? Lol. Okay. Nicht vergessen, Spiky Balls benutzen. Nicht vergessen, Ballista-Rod benutzen. Und dann würde ich sagen... Ja, 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 ja. Ungefähr... Ungefähr das Portal... Ja, nicht das Portal... Das Ding... Ach, ihr wisst schon. Hier so hin, oder? Oh, schon so irgendwie, ne? Leute, ich würde es mal sagen... Ich würde wirklich... Oh, Mann, ey. Das ist so geil. Ich freue mich so. Wir können endlich machen. Leute. Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Jetzt geht's los. The Old Ones Army. Stufe 1. Ethereal Mana. Wir platzieren direkt mal die Ballista auf der Seite. Okay. Okay, das Portal ist perfekt da gespawnt, wo es sollte. Und da auch perfekt da, wo es gespawnt sollte. Sehr nice. Und das ist richtig gut. Okay. Die ersten paar Wellen werden wir wahrscheinlich super easy durchkommen. Alter, die Typen sind ja noch auf der ersten Stufe easy. Ja, als die Goblins. Haha. Geil. Ja, erste Wave ist direkt complete. Wir sammeln das Mana ein. Schießen preventiv in die Richtung, falls da noch was ist. Ja, tatsächlich. Alter, das Mana. Junge, wie viel Mana sollen hier noch kommen? Da kann ich direkt zwei neue Türme machen, richtig? So, genau. Und, ach, da habe ich es gerade wieder bemerkt. Ja, dann mache ich zwei direkt in die Richtung. Ich kann ja auch hier dashen mit dem Ding. Darf ich nicht vergessen. Ich lege vielleicht schon mal hier so ein bisschen die Spiky Balls aus. Und die bringen ja so oder so einiges immer. So. Ja, und auf der Seite... Ja, guck mal, easy. Hä, die bringen schon alles eigentlich. Und auf der Seite die Ballistas. Hä, das reicht sogar schon. Und der Guide hilft auch noch mit. Mann, das ist ja mal übel cool. Boah, wie mir das gefällt, ey. Ich finde das so cool jetzt. Ah, die Balls sind weg. Ja, legen wir mal ein paar neue hin. Ah, die Spiky Balls bringen jetzt für sowas halt echt hart viel. So. Wir werfen einfach und werfen und werfen und werfen. Haha. Und auf der Seite regelt, äh, regelt die Ballista Armee ja alles quasi. Kann ich direkt noch eine dritte hin machen. Dann, ja, wir stellen sie mal ineinander. Dann ist die Seite wirklich safe mit den Ballistas. Okay. Und nochmal zehn. Ja, die benutze ich dann mal wirklich für die Seite hier wieder. So hier. Ähm. Ja. Boah. Auf der Seite brauche ich erstmal keine Spiky Balls. Aber auf der hier. So. Genau. Legen wir die direkt aus. Ja, die Javelin Throwers könnten jetzt ein Problem werden. Okay. Aber ich habe ja auch meine eigene Waffe noch. Die Space Gun. Die habe ich ja bisher noch nicht richtig viel benutzt. Bisher habe ich einfach nur die Spiky Balls geworfen. Das ist halt... Oh, leil. Ah, geil. Boah, mir gefällt das Event echt gut. Es ist richtig schön gemacht, finde ich. Dass das sich so mitskaliert. Von der Stärke auch wirklich. Also das ist halt schon schön. Ja, das ist echt schön. Und direkt die Welle ist schon wieder completed. Kommen hier noch irgendwo Leute? Ne, okay. Und dann haben wir... Oh, 30 Stück direkt wieder. Alter, äh, äh. Gibt es irgendwie ein Maximum an Ballista-Teilen? Eigentlich nicht, oder? Ne, ne? Äh, im Event kann man so viele, wie man will, äh, machen. Glaub ich. So, dann werfen wir hier schon mal wieder... Ja. Ihr seid tot dadurch. Äh. Ach, die Wyvern. Ja, auf die Wyvern müsste ich jetzt aufpassen. Ja. Ja, die Ballistas schaffen es nämlich nicht damit. Okay. Dafür, um die muss ich mich dann wohl wirklich kümmern. Okay. Ah, die haben auch gut was an Leben. Muss man ja mal sagen. Die haben echt gut Leben. Ja. Aber die Welle ist auch schon wieder complete. Geil. Ja, dann. Gucken wir mal. 23 Sekunden. Oh, das ist gar nicht mal so viel. Da müssen wir gucken, dass wir das ganze Mana einsammeln. Da oben liegt auch noch was. So. 14. Ja, andere Seite noch schnell. Damit wir die restlichen Türme aufstellen können. Oh, wieder drei Stück neue. Ja, hier so. Da so. Noch einen hier, würde ich sagen. Okay. Ja, dann werfen wir wieder ein paar Spiky Balls. Diesmal in der Richtung hier. Why not? Okay. Wir müssen aufpassen. Dark Mages kommen jetzt. Dark Mages. Okay, da müssen wir richtig hart aufpassen. Oh, scheiße. Okay. Ja. Ja, aber jetzt erstmal auf die Wyvern aufpassen. Ja. Okay. Huiuiuiuiui. Es ist doch durchaus auch sehr gut, dass wir so viele Türme aufgestellt haben. Die helfen uns so immens. Ja, okay. Da hinten kommt ein Dark Mage. Jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwie durchkomme. Aber vorher muss ich halt die Wyvern töten. Mann. Fuck. Fuck, 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 fuck. Das könnte das Ende werden. Das ist halt das erste Mal, dass ich die auf der Stufe mache. Ähm. Ey, das... Scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen den Mage töten. Wir müssen den Mage einfach töten. Scheiße, der hat ja mal richtig hart viel Leben. Ich heile mich kurz. Okay, die Wyvern konzentrieren sich aber auf mich zum Teil. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Boah, Ballistas, macht hinne. Ich muss mich wirklich um den Mage... Nein, okay. Das ist verloren. Das ist verloren. Okay, dann können wir vielleicht gucken, ob wir den Mage noch ein bisschen damagen. Vielleicht droppt er ja doch noch was oder so. Nee. Nee, schade. Okay. Das war der erste Versuch vom Event. Wow. Zwei Defender Medals. Naja. Könnte besser sein. Ja. Könnte durchaus besser sein. Warte mal. Eine kann ich auch so immer... Ich kann gar keine summonen. Außerhalb des Events. Lol. Okay. Wusste ich nicht. Ha. Ich dachte, eine kann man so oder so immer summonen. Da haben wir wieder das Wort. Egal. Puh. Alter. Das... Das war richtig hart. Und damit sehe ich jetzt halt auch auf jeden Fall, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Damage Output für diese Stufe des Events. Wir brauchen mehr. Ähm. Ich meine, wir sind am Anfang hart gut durchgekommen, aber sobald die Y waren da, waren... Waren... Naja, da war es dann schon so... Hä? Könnte schwierig werden, aber sobald dann der Dark Mage da war, jetzt die Welle, war halt einfach nur instant weg. Also, das war halt echt hart. So, wir gucken mal hier Mr. Irgendwas. Äh, die kostet immer 75, Sister. Aber die Preise sind irgendwie anders, finde ich. Zwei... Warte mal. Ale. Two Minutes Duration und ein Material ist es auch noch. Was ist denn das? Macht denn das? Also... Werfen kann ich es doch, glaube ich. Oder? Ne, warte, hat es ein Damage an sich dran stehen? Ne. Molotov. Ach so. Ja, stimmt. Ale ist ja so oder so in Terraria ein Ding. Was es gibt. Pink Gel. Hm. Pink Gel. Habe ich denn pinkes Gel? Ich hatte, glaube ich, ein bisschen was, oder? Da, 45. Molotovs könnten halt echt gut sein. Ja, doch. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Das könnte echt hart viel bringen. Das probieren wir mal. Fackeln haben wir so oder so genug. Ähm. Guck mal hier mal. Warte, reicht das auch, wenn ich mich hier dranhucke? Zählt das dann auch schon fürs... Äh, zählt noch nicht, okay. Muss ich mich hier oben hinstellen. Mach mal alles davon. Da, das reicht doch jetzt für Molotov, oder? Hä? Gibt es eine spezielle Station? Oder habe ich was vergessen? Object to cry at none. Pink Gel, Silk und Torch. Ach ja, ich brauche 5 Ale. Naja, okay, ist klar. Ach ja, warte, ich habe den Doppelsprung rausgenommen. Stimmt. Ja, aber vom Leben her sind wir doch ganz gut durchgekommen. beim Event. Ähm. So. Da. Achso, dich wollte ich übrigens umsiedeln noch, ne? So, ich kaufe mal ein bisschen mehr, ey. Ah, generell, es kostet nur ein Silber. Drauf geschissen. Ah, kann man schon mal ein bisschen Gold für ausgeben. Wir haben so viel Gold. Ähm, genau. Warte, dich wollte ich in dein designiertes Haus tun. Dafür kommst du. Nein, warte, der andere, der ist da drin. So, und du kommst da rein. Okay. Dann gucken wir mal. Molotov. 24 Throwing Damage. Critical Strike. Okay. Ich glaub, ja, wir versuchen es nächstes Mal mit Molotov. Warte, was hat jetzt nicht gereicht? Silk, ne? Lol. Okay, aber ich würde mal sagen, das war's mit der Folge hier. Nächstes Mal versuchen wir das Event auf jeden Fall nochmal. Und wir werden es so oder so noch öfters versuchen. Ah, Mann, ey, ich bin so gehypt. Das ist jetzt schon die fünfte Folge in Folge, die ich aufgenommen habe. Und ich glaub, ich häng direkt auch noch die sechste dran. Ähm. Ja, warte mal, das tu ich mir schon mal rein. Gut, aber ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn ich da nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.